Musik Heute bei Klartext Der türkische Parlamentarier über ein Land nach dem Putschversuch Dass wir in Europa ein verzerrtes Bild über die Türkei haben Und die Staatssekretärin über Spannungen zwischen der Türkei und der EU Es wird nicht nur die eine Lösung geben Der Boss vom Bosporus gegen die Verteidiger der Demokratie in Europa Die Fronten scheinen klar im momentanen Konflikt Europas mit der Türkei Ist der türkische Staatspräsident Recep Erdogan noch unser Partner Oder sollten die EU und die Türkei künftig getrennte Wege gehen? Die Verbindungen zwischen Europa und der Türkei sind jedenfalls zahlreich Die für viele wichtigste zurzeit ist der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei Der trotz aller Probleme prinzipiell funktioniert Sind im Jänner noch 73.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen Sind es im Oktober schon zwei Drittel weniger Mehr als zwei Milliarden Euro hat die EU dafür bereits der Türkei überwiesen Dort baut Präsident Erdogan seinen Staat ordentlich um Nach dem Militärputsch werden kritische Journalisten verhaftet Und unbequeme Parlamentarier mundtot gemacht Ein politischer Konflikt, der immer mehr auch auf die in Österreich lebenden Türken überschlägt Willkommen bei Klartext Mustafa Jeneroglu ist der Sohn türkischer Einwanderer in Deutschland Seit einem Jahr sitzt der gelernte Jurist als Abgeordneter der Regierungspartei AKP im Parlament in Ankara Spätestens seit dem Putschversuch des Sommers ist er ein Vertrauensmann von Präsident Erdogan Und verteidigt seine umstrittene Politik in ganz Europa Herr Jeneroglu, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, sind dort sozialisiert worden Sitzen jetzt aber im türkischen Parlament Sind Sie ein Fall gescheiterter Integration? Nein, im Gegenteil Ich bin nach wie vor sehr oft in Deutschland Und wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich dort sehr wohl Ich bin ein Kölner Junge Bin entsprechend in Köln beheimatet Und jedes Mal, wo ich in Deutschland bin Versuche ich eben die Zeit sehr intensiv wahrzunehmen Und habe mir auch deswegen vorgenommen Trotz der brisanten Situation in den deutsch-türkischen, deutsch-türkisch-europäischen Beziehungen Doch eben mich für die deutsch-türkische Freundschaft einzusetzen Das gilt auch für die europäischen Nachbarländer Ich würde nämlich gerne jetzt zur Situation in der Türkei kommen Da gab es Mitte Juli den mittlerweile sehr bekannten Putsch des Militärs Wie beliebt ist denn Präsident Erdogan in der Türkei? Sehr beliebt Ich gehe davon aus, dass er in den Umfragen, also die letzten Umfragen sehen Zeigen eine Beliebtheit von über 60 Prozent Sogar noch höher, genau Ich frage, weil die Zustimmung zu Erdogans Politik vor dem Putsch Am Vorabend des Putsches unter 50 Prozent gefallen war Und jetzt nach dem Putsch auf fast 70 Prozent hochgeschnellt ist Was sagt uns das denn? Dass wir in Europa ein verzerrtes Bild über die Türkei haben Und wir eben daran arbeiten müssen, dass dieses Bild berichtigt wird Und an diesem verzerrten Bild spielen manche Medien eine sehr große Rolle Ich würde noch gerne ganz kurz beim Putsch bleiben Ihre Partei und ihr Präsident beschuldigen ja den im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen Hinter diesem Putsch zu stecken und hier ein maßgeblicher Drahtzieher gewesen zu sein Der hat das immer zurückgewiesen und hat in meinem Interview Ende September gesagt Das sei eine Inszenierung Erdogans, um die Macht im Staat zu ergreifen Verteidigt er sich da nur oder könnte er auch recht haben? Wir sprechen von jemandem, der seit 1999 im Exil lebt Aus dem Grunde im Exil lebt, was unabhängig ist Weil zu dem Zeitpunkt, unabhängig von der AK-Partei Damals war die AK-Partei überhaupt nicht an der Regierung Die AK-Partei hat zu dem Zeitpunkt gar nicht existiert Er massiven Vorwürfen ausgesetzt gewesen ist Im Staat eine eigene Hierarchie etabliert zu haben Und deswegen eben vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden sollte Dem hat er sich entzogen und ist in die USA gegangen Und seitdem lebt er in den USA So jemand, der sich eben damaligen, wo es die AK-Partei gar nicht gegeben hat Verfahren, rechtsstaatlichen Verfahren entzogen hat Und währenddessen eben viel stärker die Möglichkeit des Machtausbaus im Staat In den verschiedenen Strukturen, im Justizwesen, im Militär, im Polizeiwesen genutzt hat Dem kann man eine solche Argumentation nicht abkaufen Weil auch die Aussagen seitens seiner Angehörigen im Militär Sehr deutlich darauf deuten, dass er Mastermind dieses Putschversuchs gewesen ist Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass Gülen hinter dem Putschversuch steckt Es ist sehr offensichtlich, dass man eben von hier aus da Fragen hat Kann ich nachvollziehen Aber wir werden jetzt bald die ersten Verfahren haben Und da wird man auch sehr deutlich, auch die Belege, die die Staatsanwaltschaften bis jetzt gesammelt haben Auch veröffentlicht werden So dass man sehr deutlich erkennen wird, dass er der Träger dieses Putschversuchs ist Dieser Notstand dauert jetzt schon sehr lange Zu lange, sagen einige auch in Ihrem Land Wie lange kann der denn jetzt noch dauern? Der Notstand dauert zum jetzigen Zeitpunkt, sind es glaube ich etwas über drei Monate In Frankreich ist nicht ein Bruchteil dessen, was in der Türkei passiert ist, passiert Und da haben wir einen Notstand, der inzwischen glaube ich neun Monate alt ist Wir haben in der Türkei eine Situation, wenn man das mal vergleichen sollte Dass eben jede Woche etwa 30 Soldaten sterben Dass viele Zivilisten aufgrund des Towers der PKK sterben Dies würde in einem anderen europäischen Land dazu führen Dass schon längst eine Ausnahmegenehmigung schon aufgrund dieser Ereignisse gefällt worden wäre Die Türkei hat das nicht gemacht Die Türkei hat auch zu dem Zeitpunkt, die solcher Situationen versucht Im Normalzustand Meister, Herr dieser Angriffe auf den Staat zu werden Aber mit dem 15. Juli haben wir eine außergewöhnliche Situation gehabt Man muss sich das mal vorstellen Am ersten Morgen waren etwa 52 Generäle verhaftet Zwei Wochen später sind es über 150 gewesen Etwa 45% dessen, was eben die Türkei insgesamt an Generellen hat Und daran erkennt man, wie massiv dieser Angriff gewesen ist Wie brutal dieser Angriff gewesen ist Und dass dieser Angriff dann entsprechend die ganze Kraft des Staates erfordert Um Herr über die öffentliche Ordnung zu werden Ist glaube ich nicht diskutabel Gerade in Europa ist die Sorge natürlich sehr groß angesichts der Ereignisse in der Türkei Denn gemeinsam hat man einen Deal, einen sogenannten Flüchtlingsdeal Erdogan deutet da immer wieder an Er würde das Flüchtlingsabkommen mit der EU vielleicht kippen wollen, eventuell brechen Benutzt Erdogan Ihrer Meinung nach dieses Flüchtlingsabkommen auch als Druckmittel gegenüber der EU? Wir sollten das mal umdrehen Wer benutzt was? Die Türkei hat bezüglich des Flüchtlingsabkommens sämtlich ihre Verpflichtungen erledigt Europa war vor einer großen Krise Man stelle sich mal die Situation vor einigen Monaten vor Europa war quasi vor dem Zusammenbruch Man hat darüber diskutiert, ob Schengen nach wie vor am Leben erhalten werden kann Was für Kosten die Schließung der Grenzen insbesondere für das Warenverkehr usw. bedeuten würde Und ob ein Kerneuropa noch überhaupt am Leben erhalten werden kann Unabhängig von den 28 Staaten Und wir hatten damals diese Diskussion Die Türkei hat trotz der Situation Dass sie eben Wir in Syrien einen gescheiterten Staat haben Im Irak die gleiche Situation haben Auf der westlichen Seite mit Griechenland ein Staat haben, was nur mit EU-Geldern am Leben erhalten werden kann Hat die Türkei dennoch über drei Millionen Menschen aufgenommen Und diese nicht als Pfand gegenüber Europa genutzt Die Türkei hat eben eine weltweit bewundernswerte Leistung und einmalige Leistung gezeigt Und hat ein humanitäres Standard gesetzt, was in Europa bei langem nicht erreicht ist Das muss man erstmal unterstreichen Und die Europäer sind damals, die Europäische Seite, die Europäische Union wollte die irreguläre Migration aus der Türkei nach Griechenland stoppen Und hat damals eine Vereinbarung, was oftmals als Deal quasi mit einer negativen Assoziation dargestellt wird Relativ einfacheres Geschäft, es fließt ja auch viel Geld Naja, dieses Geschäft, nein, eben nicht Die EU hat bereits mehr als zwei Milliarden Euro der Türkei überwiesen Auf dem Papier Auf dem Papier Was ist passiert? Europa, die Türkei, eben auf dem Papier hat man eben viele Vereinbarungen getroffen Nur, die sind nicht umgesetzt In den ersten Monaten bis Mai sollte die Europäische Union über 20.000 Flüchtlinge aufnehmen Bis zum Ende des Jahres 2016 sollten über 70.000 Flüchtlinge neu angesiedelt werden in Europa Was ist passiert? Bis jetzt sind etwa 500 Flüchtlinge in Europa in unterschiedlichen Staaten neu angesiedelt worden Und von diesen drei Milliarden, die versprochen wurden, sind bis heute etwa 512 Millionen in der Türkei angekommen Ja, und Europa hat eben seine Verpflichtungen in keinster Weise erfüllt Bei weitem nicht Der Punkt, den die österreichische Bundesregierung macht, ist, bei diesen Beitrittsgesprächen, die jetzt mehr als ein Jahrzehnt laufen Tut sich eigentlich nichts, die stehen still de facto Es gab gerade mal ein Beitrittskapitel, das man abschließen konnte Hat das noch einen Sinn Ihrer Meinung nach, dass man diese Beitrittsgespräche in der jetzigen Situation fortführt? Mehr denn je Man tut ja so, als ob man daran interessiert sei, dass die Türkei ihre Menschenrechteideale noch erhöht Und wenn man daran interessiert ist, dann muss man erst recht zum Beispiel die Kapitel 23 und 24 Wo es gerade um eben Freiheit, um Rechtsstaatlichkeit, um Sicherheit geht Diese Kapitel eröffnen und weiter eben mit der Türkei verhandeln Aber bleiben wir zum Beispiel gleich bei dem Thema Es gab nach dem Putsch eine Diskussion darüber, ob man in der Türkei wieder die Todesstrafe einführen soll oder nicht Das ist mittlerweile wieder etwas abgeebbt Sehen Sie da noch eine Möglichkeit oder ist das vom Tisch? Es gab ein Verlangen der Bevölkerung, die ist der damaligen kollektiven Situation, des kollektiven Traumas geschuldet gewesen Diese Diskussion ist heute vom Tisch Und ich habe damals auch vom ersten Tag angesagt, dass ich persönlich gegen die Todesstrafe bin Und dass wir als AKP-Partei die Todesstrafe damals komplett abgeschafft haben Und jetzt gegenwärtig auch nicht in diese Richtung denken sollten Sie haben europäische und vor allem auch österreichische Politiker heute schon kritisiert Haben gesagt, die Aussagen werden die Situation nicht einfacher machen zwischen Österreich und der Türkei Gleichzeitig gibt es aber auch türkische Politiker, Parteifreunde von Ihnen, die ziemliche Unfreundlichkeiten den Österreichern ausgerichtet haben Verpiss dich, Unglaubiger hat ein Club-Kollege von Ihnen, dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern, auf Twitter geschrieben Ihr Außenminister nennt Österreich gar die Hauptstadt des radikalen Rassismus, ganz banal gesagt Hast du die AKP Österreich? Nein, im Gegenteil Ich denke, dass wir teilweise aufgrund eben der Verkürzung und aufgrund eben auch dieser Sprachwahl Leider eben die Beziehungen doch in letzter Zeit zu sehr vergiftet haben Und wir müssen uns in den österreichisch-türkischen Beziehungen auf die wesentlichen Punkte konzentrieren Und dabei wirft die Türkei österreichischen Politikern vor, dass die Vollmitgliedschaftsbestrebungen der Türkei in Österreich als innenpolitisches Thema ausgenutzt werden Und dass darüber hinaus, während die Türkei tagtäglich dem Terror der PKK ausgesetzt ist Dass die PKK Österreich als ein Finanzierungs-, als ein Rekrutierungs- und als ein Rückzugsraum nutzen kann Glauben Sie, ist all diese Aufgeregtheit, die es da jetzt gibt, seit dem Putsch und in Wirklichkeit auch schon die letzten Jahre Ist das nur ein Zeitphänomen oder wird das bleiben? Oder wird das wieder zurückgehen und werden sich die Beziehungen wieder normalisieren? Das kann ich nur hoffen Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit dem Wahlausgang jetzt im Dezember zu tun Wenn wir hier einen Restpopulisten als Bundespräsidentin haben Wobei eben der Begriff Restpopulist sehr beschönigend ist, finde ich Denn wir haben, also ich meine damals die SPÖ und so weiter, was sie sich über Äußerungen von Haider vor 20 Jahren aufgeregt hat Inzwischen ist das teilweise ihr tägliches Mundwerk Und was sich hier in Österreich für eine Entwicklung abgezeichnet hat Und diese Entwicklung weitergeht Werden wir nicht nur in den Beziehungen zu Türkei massive Probleme haben Sondern Österreich wird sich auch innerhalb Europas abspalten Und das können wir dann auch abspalten Und dann kann es auch immer abspalten Wir haben dann auch viele Themen